Hey Tana, hey, Misch ist vielleicht ein krasser Held, ja? Aber den ist doch noch ein viel krassere Held, ja? Passt du auf, den gibt dem Drachen den brutalen Sidekick, ja? Jetzt laufe ich wegen der zwei Idioten, die Treppen rauf und runter zähl fix, aber nicht den der Misch, der was mich verarscht hat. Hey Gott, du feige Drache, hey, du feige Sau, hey, komm doch mal was von mir! Hey Tana, schaust du, wie die klasse Bess im Griff hat, und ein, du, zwei, zwei! Grundale Held gibt's, die machende Brain Massage, du Kalle! Scheiße, Stefan, du Hors! Stefan! Halt! Stehenbleiben! Ich bring euch um, die Schwerzeichen, ich bring euch um! Hey, setz sie mit! Hey, Weltretten in Echtzeit ist so cool, hey! Hey, stellst du gleich auf Experten! Ey, hey! Hey, Tana! Hey, kennst du die Lara Croft eigentlich persönlich? Oh, Manni! Hey, Bunny! Ist das ein Beizritual? Weißt du, das ist, wenn du gibst Respekt vom Mann zu Bunny. Ja, weißt du, wir geben Bunny Respekt, Bunny gibt uns Respekt. Krass, oder? Es funktioniert! Es funktioniert!